Und herzlich willkommen zu einem neuen Teil auf meinem Kanal. Und zwar gibt es hier eine kleine Let's Show Reihe. Und zwar wie man hier im Hintergrund scheinbar schon sehen kann, geht es heute um eine Schie-Spunkt-Klanze. Und das wird so darofen, dass ich in regelmäßigen Abständen, also zum Beispiel, immer wenn etwas Neues auf dieser Map kommt, dann wird davon ein kleines Video machen. Und das wird dann auf meinem Kanal erscheinen. Und jetzt schauen wir uns erstmal dieses Let's Show an. Wenn mir das fehlt, schreibt es in die Kommentare. Und das Feedback würde ich mir sehr freuen. Und zwar wenn man jetzt hier reinkommt, hier geht es in eine kleine Straße. Und zwar ist das das Camp der Skispringen. Hier sind schon einige Umkleiden, da können wir nachher mal in eine reingehen. Und es gibt noch einige Besonderheiten hier. Jetzt müssen wir gucken ob es wieder in hier. Und warte denn das. Ah ja hier, wie ihr seht ihr hier, ist Reifenflügererung. Und dann, wenn wir das Kratzen hier gebaut, wie kann man sehen, da ist der zweite Platz, der erste Platz, der dritte Platz. Das Ganze wird beleuchtet von Seelelaternen, von Seelelaternen, von Seelelaternen. Aber gehen wir mal weiter. Jetzt können wir dann auch mal in eine Ruhplatte reingehen. Ich gehe da mal schon rein. So, so sehen die alle in etwa aus. Hier eine kleine Sitzbank und ein Karate. Ihr könnt euch hier in die Skispringen umziehen. Die machen wir wieder raus. Dann geht's hier weiter. Hier sitzt der aktuell Fluchende. So, jetzt bin ich mal kurz hoch. Und zwar ist hier hinten nämlich noch was. Gehen wir hier hinten weiter. Hier seht ihr, hier sitzen die Jurymitglieder. Haben einen Blick auf die Schanze. So, jetzt geht's weiter hier hin. Das ist der Aufstieg, also der Fahrstuhl für die Skispringen. Und zwar ist das kein Aufzug. Ich habe das so gemacht, ihr werdet gleich sehen. Hier ist eine Kiste. Und hier die Leiter. Da geht's dann hoch. Da gibt's mehrere Etasen. So sieht die dann immer aus. Hier haben wir einen kleinen Ausblick nach draußen. Das soll der Fahrstuhl sein. So. Und wir haben hier die Länge rum. Das ist ein Problem mit einem Ländler. Das ist ein Problem mit einem Buch. dringend gebaut, mache ich mal ganz kurz weg, hier geht es nämlich dann weiter, dann sind wir jetzt hier in diesem kleinen Vorraum, mit Blick nach unten, hier seht ihr dann auch die Schanze, ich finde der Ausblick ist sehr geil, dann sind wir jetzt gleich auch auf der Schanze, jetzt sind wir hier auf der Schanze, das ist die Einlaufspur, können wir nochmal ein Deck nach unten warten, hier ist der Startblock, ich gehe jetzt mal in die Spur, aber als nächstes mache ich mal Time Set A, damit man wieder mehr sieht, macht der denn jetzt nicht spinnt, das ist mir schon oft beim Bauen passiert, das wollte ich nicht, sollte man den Tag, also auf jeden Fall spielen, das ist wie ich, ähm, spielen, dann spinnt man hier runter, ich mach das mal ganz kurz, hier seht ihr auch nochmal die Juryposten, und dann ist hier diese Linie, und man kennt das auch die Skischwelle, 100, 100 Meter, die Linie das Bestweiten, nochmal eine für die Juryposten, dann hat man hier die Auslaufbote, ich hoffe man erkennt, dass das Banner sein soll, die ist nur so ein Busch, hier hinten sind dann meistens die Zuschauer, ich werde glaube ich in den nächsten paar auch kleinen Sequenzen noch weitere Räume pflanzen, hier hinten die Strasse wird auch noch weiter gebaut, ja auf jeden Fall, immer wenn hier etwas Neues so steht, gibt es ein kleines Video dazu, und zwar, ähm, noch eine kleine, kleine kleine Information, wie das hier entstanden ist, wenn ich hier nochmal rumfliege, hier oben sieht das sehr nice aus, ja und zwar habe ich, ähm, ich, ähm, hier habe ich die Schanzenbund hier verbeugt, und dafür wäre, es geht ja, also ich habe auch im Netz geprüft, es gibt mir nicht pein, ähm, keine Schießprobe-Schanze, es ist kein Tutorial in Minecraft, und da habe ich mal bauste mal ein, ja und ich hoffe euch hat das Banner mit Show gefallen, lasst einen Kommentar, lasst einen Like da, da würde ich mich sehr drüber freuen, ähm, das war's mit dem Video, schreibt mal, ob es euch gefallen hat, ich bin raus, euer Launsee, bye!